Der Bein-Sidekick. Diese Übung wird fünfmal pro Seite wiederholt. Deine Ausgangsposition, die Seitenlage. Winkle das untere Bein leicht an, hebe das obere und atme ein. Beim Ausatmen schiebst du das obere Bein nach vorne, beim Einatmen wieder zurück. Nach fünfmal Bein wechseln. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020